Im heutigen Video geht es um einige der schlimmsten Mörder aus deutschsprachigen Ländern. Neben den drei offensichtlichen, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, geht es auch um Täter aus Lichtenstein, denn dort wird so gesehen auch deutsch gesprochen. Gebt dem Video gerne ein Like und abonniert für mehr ähnliche Videos. Die 13-jährige Leonie aus Tulln an der Donau wird im Juni 2021 tot in Wien aufgefunden. Das junge Mädchen lag an einen Baum gelehnt. Ihr Körper wies unzählige blaue Flecken und andere Verletzungen auf. Laut Obduktion ist sie unter Drogen gesetzt und dann mehrfach sexuell missbraucht worden. Als Todesursache kann eine Überdosis Ecstasy festgestellt werden. Die Polizei ermittelt anschließend in Leonies Umfeld. In der Nacht ihres gewaltsamen Todes hat Leonie mit Freunden in Wien gefeiert. Doch spätabends hat sie den Ort gemeinsam mit zwei Männern verlassen. Doch hier verliert sich die Spur zunächst. Wenig später erhalten die Ermittler den alles entscheidenden Hinweis. Einer der Täter hat sich einem Bekannten anvertraut. Der Bekannte wiederum hat umgehend die Polizei verständigt. Kurz danach werden drei Afghanen festgenommen, die seit einiger Zeit als Asylbewerber in Österreich leben. Im Anschluss gelingt es, den Tatablauf minutiös zu rekonstruieren. Die kleine Leonie musste ein unbeschreibliches Martyrium durchmachen. Zunächst ist sie freiwillig mit den zwei Männern in die Wohnung des dritten Mannes gegangen. Doch dort haben die drei ihr heimlich mindestens sechs Ecstasy-Tabletten in ein Getränk gemischt und sie dadurch nicht nur komplett handlungsunfähig gemacht, sondern sie auch in Lebensgefahr gebracht. Das mit dem Tod kämpfende Kind haben die drei Täter dann mehrfach sexuell missbraucht, misshandelt und dabei sogar gefilmt. Nach den mehr als unmenschlichen Taten legen die Täter Leonies leblosen Körper an einem Baum ab. Der Notarzt kann später vor Ort nur noch den Tod des 13-jährigen Mädchens feststellen. Der Fall sorgt in ganz Österreich und weit darüber hinaus für Entsetzen. Die zum Tatzeitpunkt 18- bis 22-jährigen Männer werden umgehend vor Gericht gestellt. Reue ist aber keinesfalls festzustellen. Die drei beschuldigen sich nur gegenseitig. Statt sich für die bestialischen Taten gerade zu machen, die sie einem 13-jährigen Kind angetan haben, versucht jeder, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Für die Staatsanwaltschaft ist es ganz klar Mord gewesen. Die Täter haben im Vorfeld mit Drogen gedealt und wussten demnach, dass eine derart hohe Dosis Ecstasy mitunter tödlich sein kann. Sie haben Leonies Tod also billigend in Kauf genommen. Ende 2023 fällt dann das Urteil im Wiener Straflandesgericht. Der Hauptangeklagte und Älteste wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt. Die anderen zwei erhalten je 20 Jahre Haft wegen Vergewaltigung und Mordes durch Unterlassen. Das Strafmaß ist nicht wirklich zufriedenstellend, aber selbst wenn die drei je 1000 Jahre bekommen hätten, wäre das immer noch zu wenig dafür, dass sie ein kleines Mädchen, ein Kind, sexuell missbraucht und getötet haben. Im Dezember 2007 besucht Karm Ahmad mit Freunden ein Restaurant in Schaffhausen. Gegen 21.30 Uhr erhält er einen Anruf aus einer öffentlichen Telefonzelle. Anschließend verlässt der 27-Jährige das Restaurant fluchtartig. Gegenüber seinen Freunden sagt er, dass ihn seine Frau angerufen habe. Doch dann fehlt von ihm jede Spur. Drei Tage später wird die Leiche des Ägypters im Barchetsee entdeckt. Der Mann ist durch mehrere Schüsse getötet worden. Im Anschluss hat der Täter die Leiche mit einer dicken Betonplatte beschwert und in dem See versenkt. Doch zu dem oder den Mördern gibt es jahrelang keine Spur. Das ändert sich jedoch, als die Ermittlungen Jahre später erneut aufgenommen werden. Aufgrund neuer Spuren gelingt es verdeckten Ermittlern, mit den mutmaßlichen Tätern in Kontakt zu treten. Einer der Männer soll die Tat gegenüber den V-Männern sogar gestanden haben. Jetzt, fast 17 Jahre nach dem Mord, müssen sich zwei Männer vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ende 50-jährigen Italiener und dem Anfang 60-jährigen Schweizer Mord vor. Gemäß den Ermittlungsergebnissen hat sich die Tat offenbar wie Volk zugetragen. Die zwei Männer sollen Karm Ahmad entweder im Auftrag oder im Wissen seiner Frau an einen Waldrand in Frauenfeld gelockt haben. Während des Gesprächs hat das Opfer an einen Baum uriniert. Genau in diesem Moment haben die Mörder den 27-Jährigen kaltblütig von hinten förmlich hingerichtet. Das Opfer versucht trotz lebensgefährlicher Verletzungen zu fliehen. Doch dann schießt einer der Täter ihm direkt in den Kopf. Im Anschluss versinken sie den Leichnam mit einer rund 30 Kilo schweren Betonplatte im Barchetsee. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Beschuldigten vor, die Tat und die Tötung des Ägypters gemeinsam mit dessen Ehefrau von langer Hand und akribisch geplant zu haben. Die Frau des Opfers kann allerdings nicht mehr belangt werden, da sie bereits 2012 eines natürlichen Todes gestorben ist. Als mutmaßliches Motiv steht im Raum, dass die Frau unglücklich mit Karm Ahmad verheiratet war und ihn loswerden wollte. Die Staatsanwaltschaft bezeichnet die Tat als einen rein egoistischen, grausamen und skrupellosen Akt. Das Urteil gegen die zwei Angeklagten soll bereits diesen März fallen. Den Männern droht jeweils eine lebenslange Haftstrafe. Die nächste Dame ist hübsch, zierlich und wirkt geradezu zerbrechlich. Und doch steckt hinter der unscheinbaren Fassade eine eiskalte Mörderin. Das 18-jährige syrische Flüchtlingsmädchen Santa Maria steht 2018 in Leipzig wegen Mordes vor Gericht. Obwohl sie so unscheinbar aussieht, bezeichnet der vorsitzende Richter ihre gleich näher beschriebene Tat als ein hinterlistiges Mordkomplott. Im November 2015 lädt die damals 16-Jährige ihren Liebhaber, den für die Chemnitzer Asylbehörde tätigen Dolmetscher Farhad S., nach Leipzig ein. Ihm hat sie offenbar versprochen, dass die beiden zusammen mit ihrer Mutter über eine baldige Hochzeit sprechen wollen. Voller Vorfreude trifft der Afghane in der Leipziger Wohnung ein. Was er nicht wusste, das Ganze ist eine tödliche Falle. Santa Maria hat längst einen neuen Freund und der wartet im Nebenzimmer mit einem Messer. Auf Geheiß von Mutter und Tochter stürzt sich Mohammed A. auf den völlig arglosen Farhad und tötet ihn mit unzähligen Messerstichen. Das Opfer wurde regelrecht abgeschlachtet, beschreibt der Richter die Tat. Das leitende Motiv des Mordes war Habgier. Denn nach dem Verbrechen räumt die junge Frau bzw. Teenagerin mit ihrem neuen Freund das Konto des Opfers leer, verkauft dessen Audi und überlässt ihrem neuen Freund das zweite Auto von Farhad. Das Opfer verschahen die drei anschließend in einem zuvor ausgehobenen Grab in einem Wald bei Magdeburg. Erst während des laufenden Prozesses konnten die sterblichen Überreste im März 2017 gefunden werden. Da Santa Maria zum Tatzeitpunkt nicht volljährig gewesen ist, wird sie zu nur neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Richter hat sie aber als die treibende Kraft hinter dem Mord bezeichnet. Ihre Mutter und der Komplize erhalten jeweils lebenslange Haftstrafen. Am 7. April 2014 betritt Jürgen Frick, Geschäftsführer der Bank Frick, mit Sitz in der Gemeinde Balzars, die Tiefgarage der Bank. Doch dort wird der Ende 40-Jährige plötzlich von einem Mann aus dem Hinterhalt mit drei Kugeln erschossen. Anhand von Überwachungskameraaufnahmen gelingt es, den sofort geflohenen Täter als Jürgen Herrmann zu identifizieren. Die Ermittler finden heraus, dass der Täter, unter anderem bei der Bank Frick, Geld in Investmentfonds angelegt hat. Die sind aber allesamt gescheitert. Den Angaben des Täters zufolge ging es dabei um einen fünfstelligen Millionenbetrag, den er verloren hat. Jürgen Herrmann ist diesbezüglich sogar vor Gericht gezogen, hatte allerdings auch dort keinen Erfolg. Statt die Angelegenheit nun auf sich beruhen zu lassen, ist Herrmann auf Rache aus. Er bedroht die Bank Frick und weitere verantwortliche Personen. Allem Anschein nach ist der Geschäftsführer Jürgen Frick nun Opfer des Rachefeldzugs geworden. Da der Mörder aber direkt nach der Tat geflohen ist und niemand weiß, wo er sich aufhält, werden die anderen Mitarbeiter der Bank zunächst von der Polizei beschützt. Denn niemand weiß, wozu der Täter noch fähig sein könnte. Noch am Tattag werden in der Gemeinde Rugell an der Kanaleinmündung am Rhein das Auto und persönliche Gegenstände des Täters sowie ein Abschiedsbrief entdeckt. Darin bekennt er sich zu dem Mord mit den Worten, Zitat, Kurz nach der Flucht erscheint auf der Webseite des Täters der Slogan Catch me if you can. Ob der allerdings von ihm oder von einem Hacker stammt, ist unklar. Zunächst ging man davon aus, Herrmann könnte durch den Rhein getaucht und so geflüchtet sein. Doch diese Theorie kann schnell widerlegt werden. Dennoch bleibt der Mörder monatelang wie vom Erdboden verschluckt. Am 14. August, also knapp vier Monate nach dem Mord, ist klar, nicht der Erdboden, sondern der Bodensee hat ihn verschluckt. Ein Angler findet den Leichnam völlig zufällig. Die Obduktion zeigt schnell, dass es sich um den gesuchten Jürgen Herrmann handelt. Er hat sich mit einer Pistole das Leben genommen. Der ehemalige Geschäftsführer der Bank, Jürgen Frick, ist unter Anteilnahme der Öffentlichkeit bestattet worden. Die Schweizerin Antonia H. zieht aufgrund ihres Studiums vor einigen Jahren nach Hamburg. Die 22-Jährige ist eine lebensfrohe und glückliche Person. Sie träumt von einer Karriere als Musicaldarstellerin. Doch leider gibt es seit einiger Zeit einen dunklen Schatten in ihrem Leben. Der Schweizer Jungpolitiker Kim W., ein Mitglied der christlich-demokratischen Volkspartei. Die beiden haben im Vorfeld eine kurze Zeit miteinander Kontakt gehabt. Antonia hat aber schnell klargemacht, dass sie sich nichts mit Kim vorstellen kann, da er immer wieder aggressiv und aufdringlich geworden ist. Doch der ebenfalls 22-Jährige akzeptiert ihre Entscheidung nicht. Er bedrängt Antonia, stalkt sie und bedroht die junge Frau letztendlich. Per WhatsApp bombardiert er sie mit Nachrichten. Er werde sich etwas antun, wenn sie seine Liebe nicht erwidert. Momente später schreibt er ihr ellenlange Liebesromane. Also ein ganz typisches Verhalten für derart gestörte Menschen. Im April 2022 werden die Drohungen aber noch konkreter. Kim schreibt Antonia, dass er sie sehen kann. Wie sich später herausstellt, ist er mit dem Zug aus der Schweiz nach Hamburg gereist und in ein Hotel gegenüber von Antonias Wohnung in Altena eingecheckt. Allem Anschein nach hat er das in den Monaten zuvor auch schon mehrfach gemacht. Am 5. April geht Kim zu Antonias Wohnung und klingelt bei ihr. Die junge Frau macht die Tür auf und steht ihrem Stalker im Hausflur direkt gegenüber. Leider mündet die Geschichte dann im schlimmsten Ende überhaupt. Kim erschießt Antonia und tötet sich unmittelbar nach der Tat selbst. Die Polizei und Rettungskräfte finden Minuten später die beiden Leichen im Treppenhaus liegend auf. Gemäß sämtlichen Medienberichten hat Antonia ihrer Mutter am Tattag noch dieses Bild von sich geschickt. Keine 30 Minuten später ist die junge strahlende Frau mit einer aussichtsreichen Zukunft von dem Vollversager Milchbubi kaltblütig ermordet worden. Am 10. September letzten Jahres macht ein Passant eine grausame Entdeckung. In einem Straßengraben wird die Leiche eines jungen Mädchens gefunden. Der Auffindeort liegt in Niedersachsen, genauer gesagt im Landkreis Diepholz. Laut Obduktion handelt es sich bei dem Opfer um die 17-jährige Schülerin Mara Sophie, die selbst ganz in der Nähe gewohnt hat. Die Untersuchung zeigt, dass der Täter Mara Sophie mit einem gezielten Messerstich getötet und dann in den Straßengraben gelegt hat. Bereits wenige Tage später kann der mutmaßliche Mörder nach kurzer Flucht verhaftet werden. Und wie sich später herausstellt, war es mehr als höchste Zeit, denn der Täter hat noch viel mehr Frauen angegriffen. Der dringend Tatverdächtige heißt Andreas B. und wohnt im selben Landkreis wie Mara Sophie. In den Vernehmungen bestreitet er aber zunächst, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Doch dann können die Ermittler seine Flucht genauestens rekonstruieren. Dabei kommt heraus, dass Andreas wenige Tage nach dem Mord in einem Nachbarort eine weitere Frau angegriffen hat. Mitten in der Nacht lauert er einer McDonalds-Angestellten auf, die gerade Feierabend machen will und greift sie an ihrem Auto an. Glücklicherweise versucht die Frau in letzter Sekunde auszuweichen. Andreas wollte ihr mit seinem Messer in den Hals stechen. Doch stattdessen erwischt er nur den Brustbereich der Frau, was ihr letztendlich das Leben rettet. Danach fährt der Täter fluchtartig mit seinem Wagen davon und fährt stundenlang ziellos durch die Gegend. Am selben Tag, rund 100 Kilometer entfernt in der Region Hannover, fährt Andreas mit seinem Auto eine Joggerin an und flieht. Er überlässt die schwer verletzte Frau einfach ihrem Schicksal. Als Andreas B. mit immer mehr Beweisen konfrontiert wird, gesteht er die Taten schließlich. Auf das erste Opfer, Mara Sophie, ist der 42-Jährige demnach zufällig gestoßen. Er hat mit seinem Wagen neben mir angehalten und sie offenbar angesprochen. Die 17-Jährige war auf Inlineskates unterwegs. Der Täter hat Mara Sophie dann ohne Ankündigung und völlig unerwartet mit einem Messer in den Hals gestochen. Das Mädchen erliegt noch am Tatort ihren schweren Verletzungen. Zu seinem Tatmotiv hat Andreas B. sich bisher nicht geäußert. Es scheint aber so, dass er aus was für geisteskranken Gründen auch immer, einfach so mit seinem Wagen losgefahren ist und gezielt junge Frauen töten wollte. Noch schlimmer wird das Ganze, wenn man sich die Vergangenheit von Andreas ansieht. Demnach ist er wegen versuchten sexuellen Missbrauchs eines Jugendlichen vorbestraft, aber damals natürlich nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Dieses Mal wird er aber nicht so glimpflich davon kommen. Bereits diesen März startet der Prozess vor dem Landgericht Verden. Der 42-Jährige wird wegen Mordes und wegen zwei Mordversuchen angeklagt. Daniel H. ist im März 2009 in Zürich unterwegs. Er kauft sich vier Gramm Koks. Auf dem Rückweg zum Bahnhof dröhnt er sich ein halbes Gramm Abiat in den Schädel. Sofort treten seine Gewaltfantasien gegenüber Mädchen und Frauen wieder auf. Gegen 14.30 Uhr sieht er nahe des Hauptbahnhofs zufällig das 16-jährige Au-pair Lucy Trezini. Daniel spricht sie an und lügt ihr vor, ein Modelscout zu sein. Er sagt, dass in Baden, also im Schweizer Kanton Aargau, eine Schmuckvorführung stattfindet und sie schnell 500 Franken verdienen kann, wenn sie für ein kurzes Fotoshooting posiert. Um glaubhaft zu wirken, notiert er ihre Körpermaße auf einem Zettel. Lucy vertraut ihm und willigt ein. Etwa zwei Stunden später kommen die beiden in Baden an und betreten Daniels Wohnung. Dort trinkt er Bier und konsumiert noch mehr Kokain. Lucy sitzt auf dem Bett und trinkt ein Softdrink. Über eine Stunde gibt er dem Au-pair vor, es folge gleich ein Fotoshooting. Daniel spielt den Profi. Er platziert eine Lampe und notiert nochmals ihre Körpermaße. Er gibt ihr sogar Wechselkleidung für das Shooting und fixiert ein schwarzes Leinentuch auf dem Bett, weil es angeblich als Hintergrund für die Fotos geeignet ist. Lucy telefoniert in der Zwischenzeit mit einer Freundin. Sie ahnt nicht, dass Daniel ununterbrochen daran denkt, ob und wie er sie umbringen soll. Leider fasst er den Entschluss, das junge Mädchen zu töten. Er holt eine Handelstange und versteckt sie hinter seinem Rücken. Als Lucy aufsteht und ihn anschaut, schlägt Daniel mit voller Wucht mehrmals brutal zu. Er hört erst auf, als Lucy reglos auf dem Boden liegt. Dann geht er in die Küche, holt ein Messer und schlitzt ihr noch zusätzlich die Kehle auf, um sicherzugehen, dass sie wirklich tot ist. Nach der Tat verlässt er die Wohnung. Er entsorgt die Tatwaffen, besucht seine Eltern und kauft sich eine Flasche Martini. Am Abend kehrt er zurück in die Wohnung und legt sich schlafen. Lucys Leichnam liegt währenddessen auf dem Boden. In den folgenden Tagen versucht Daniel, den Tatort und die Leiche zu reinigen. Er legt Lucys leblosen Körper sogar in die Badewanne und wäscht ihn. Zwischendurch schläft er auch bei seiner Freundin. Die scheint von all dem nichts zu wissen. Da Daniel so clever war und mehrfach mit dem Handy des Opfers telefoniert hat, kann die Polizei schnell zurückverfolgen, wo die inzwischen als vermisst gemeldete Lucy Trezini sich aufhält. Fünf Tage nach dem Mord wird Daniel verhaftet und Lucys Leichnam in der Wohnung entdeckt. Die Familie des Opfers und die ganze Schweiz ist beim Bekanntwerden des Falles mehr als schockiert. Vor Gericht zeigt sich ganz deutlich, dass der Täter aus völlig sinnfreien Motiven getötet hat. Er hat nicht nur seine Arbeit verloren und Stress mit seiner Freundin, sondern auch massive Geld- und Drogenprobleme gehabt. Daniel dachte sich daher, dass es besser wäre, wenn er wieder zurück ins Gefängnis kommt. Also entscheidet er sich spontan dazu, Lucy zu töten. Der aufmerksame Zuschauer wird sich jetzt fragen, wieso wieder ins Gefängnis? War der Halbachse etwa vorbestraft? Ja. Ein Zulaschenumgang mit derartigen Tätern hat wohl jedes deutschsprachige Land inne. Daniel hat 2003 eine Frau fast zu Tode gewürgt. Zwar saß er deshalb auch im Gefängnis, allerdings wurde er wieder freigelassen, da die Behörden der Meinung waren, dass von ihm keine Gefahr ausgeht. Da der Typ aber hochgefährlich und auf freiem Fuß war, musste die 16-jährige Lucy mit ihrem Leben bezahlen. Das hat auch die Familie des Opfers kritisiert und ist diesbezüglich vor Gericht gegangen. Tatsächlich haben die Behörden ihre Fehler eingesehen und der Familie von Lucy eine finanzielle Entschädigung gezahlt. Die war aber so gering, dass die Eltern davon nicht mal Lucys Beerdigung, geschweige denn, sämtliche andere Kosten tragen konnten. Die paar Kröten waren also eher eine Beleidigung für die Familie des Opfers als eine Entschädigung. Das Geld hätte sich der Staat besser in seinen fetten Arsch schieben sollen. Naja, kommen wir zum Urteil von dem Primaten. Da wurde im Prozess auch nochmal rumgeeiert. Der Angeklagte ist befragt worden, ob er denn lebenslang ins Gefängnis möchte und ob er sich überhaupt für eine Therapie bereit fühlt. Also bei aller Liebe, aber das ist doch wirklich ein Kasper-Theater, was da abgelaufen ist. Naja, machen wir das jetzt kurz, sonst muss ich gleich kotzen. Daniel H. ist dann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit ordentlicher Verwahrung verurteilt worden. Das Urteil hätte aber noch lange nicht bedeutet, dass er für immer im Gefängnis bleiben müsste. Stattdessen ist die Verwahrung sogar vom Bundesgerichtshof aufgehoben worden. Doch Daniel kann trotzdem nie wieder einen Fuß in Freiheit setzen. Ende letzten Jahres nimmt er sich in der JVA Lenzburg mit 40 das Leben. So, und wem mein loses Mundwerk nicht gefällt, der soll sich verpissen. Hier gibt's keine seriösen Videos. Ich sag, was ich denke und was ich will. Ich setz mich mit Ruhr-Porter-Mentalität für die Opfer ein. Die Kuscheljustiz und die Täter müssen scharf kritisiert werden. Wem das nicht passt, der soll weiter in seiner Traumwelt leben und Teletubbies gucken, aber mir nicht auf den Sender gehen. Alle anderen Zuschauer mit einem halbwegs gesunden Menschenverstand, die das verstehen können, sind natürlich wie immer herzlich willkommen.